Können Sie das Thema Ihrer Arbeit beschreiben? Ich neige ja nicht dazu, die Arbeit zu interpretieren. Aber was man sagen kann, ist, dass links der erste Computer von 1947 mit dem Namen ENIAC und ein rechtes Foto ist auf dem Peer-Lachaise aufhören und alles Weitere muss der Betrachter selbst interpretieren. Ich interpretiere also grundsätzlich meine Arbeit. Wie ist denn die Arbeit technisch umgesetzt? Das ist interessanter, weil das ist jetzt eine Frage, das war damals eben noch analog und das ist ein Verfahren, in dem man das Sandwich-Verfahren, also das heißt, dass die negative oder Dias oder positive übereinander gelagert werden und dann eben der Abzug davon gemacht wird, also ein Sandwich-Verfahren. Und das ist eben heute möglich alles im Photoshop, nur dass die Bilder dann anders aussehen und das ist ein Grund, warum mich der Photoshop heute so langweilt. Weil, also ich habe 1995 angefangen mit dem Photoshop zu arbeiten oder 1994 und jetzt mittlerweile die neueste Werbung von Adobe ist also so, dass mich das wirklich nervt. Also mittlerweile wüssten die Künstler an sich mittlerweile die Aufgabe, die Bilderflut zu bearbeiten und nicht nur Bilder dazu herzustellen und sich einfach mit dem Medium zu beschäftigen und eben auch mit dem armen Betrachter, der eben heute doch vollkommen überfordert ist durchs Internet. Und ich sehe einfach nur die Aufgabe des Künstlers, dass er sich eben heute damit beschäftigt, mit dem Thema und nicht nur irgendwelche unnützen Bilder zusätzlich produziert, die da irgendwie keinen Bezug zu haben zu dieser Problematik. Ich bin mehr politisch, war auch immer ein politisch denkender Künstler. Als ich das Bild gemacht habe, hatte ich schon irgendwo eine gewisse Angst vor dem Computer. Das Bild ist glaube ich von 1985 und damals war die Auseinandersetzung auch jetzt bei den Künstlern, wie gehen wir mit dem Computer um. Und ich habe eben auch sehr viele Zeichnungen gemacht, die zeigen, dass ich eine gewisse Angst vor diesem Medium hatte. Und hat ja dann noch zehn Jahre gedauert, bis ich selber mit diesem Medium gearbeitet habe. Aber das war schon auch eine Befürchtung, die sich ja mittlerweile ja auch bestätigt. Inwiefern wir alle manipuliert werden jetzt durchs Internet und durch die Netzwerke. Und das sehe ich also heute als Aufgabe des Künstlers, das zu reflektieren und das jetzt im Grunde genommen zu präsentieren und eben auch zu dieser Manipulation, die durch Bilder heute entsteht, dass man das hinterfragt, was junge Künstler heute machen müsste. Und nicht nur irgendwelche ästhetischen Bilder produzieren. Besonders weil eben in der Werbung viel jetzt eben mit dem Photoshop eben auch gemacht wird. Und dadurch relativiert sich das so. Also zwischen Werbung und Kunst sieht man ja kaum noch irgendwo von der Machart einen Unterschied. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich mich also heute wirklich langweile, mit dem Photoshop zu arbeiten. Für mich ist das im Grunde genommen der Photoshop das Synonym für die künstlerische Arbeit der letzten Jahre. Die im Grunde genommen die ganze Bildproduktion verändert hat, war im Endeffekt der Photoshop. Und dadurch geht eben vieles an künstlerischer Qualität wahr. So steht Photoshop und das ist ein Grund. Das heißt nicht, dass man zur Chemie wieder zurück sollte, aber eben doch mehr Bildproduktion reflektieren und im Grunde genommen die Bilderflut reflektieren. Ich finde den Titel an sich sehr gut. Also Chemie, weil analog ist ja auch ein sehr spanniger Begriff. Und deshalb fand ich jetzt Chip versus Chemie, den Titel fand ich auch sehr gut. Und das fand ich auch, die Idee ist auch sehr gut, weil das nämlich das Thema ist, was uns auf den Dingen bringt. Wie können wir heute, deshalb gehen ja viele Juni auch wieder zurück zu Polaroid oder fangen an mit 9mm zu drehen. Und viele, aber das ist meines Erachtens nicht die Lösung heute mit der Chemie wieder anzufangen. Ich habe mich selber, ich habe mir selber meinen Vergrößer wieder hingestellt und mache das mir als Spaß und Freude. Aber eine Lösung ist das nicht. Das heißt, Sie haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wie Sie arbeiten, also dass Sie nicht nur analog arbeiten, sondern sich schon dem Digitalen auch zugewandt haben. Ich habe seit 1995 nur digital gearbeitet. Ist das sozusagen die letzte analoge Arbeit? Ja, zehn Jahre, das ist ja zehn Jahre vorher. Und dieses Sandwich-Verfahren entsprach wirklich eben auch dem Photoshop. Diese Ebenen, die man beim Photoshop einsetzt, sind bei der chemischen Fotografie quasi die Folien, die man übereinander legt. Also ob das jetzt das Negativ, das Positive, so ein Dia ist. Und im Grunde war das so einfach nachher im Photoshop das zu realisieren. Nur am Anfang war das für mich faszinierend, weil eben zwei Megabyte-Datei war ja eine riesen Datei. Und das war das Faszinierende. Dadurch sehen die nicht so geleckt aus, wie die heute aussehen, die Arbeiten von den Leuten. Die haben ja nur was Ursprüngliches und deshalb haben die ja auch diese Aura noch. Und die geht ja im Endeffekt wahr, bei den neuen Arbeiten. Wenn die heute Abend nur noch, wenn die heute nur noch irgendwo ihre Fotos durch den Photoshop schicken, das sieht man denen eben auch an. Und das langweilig. Also wirklich. Absolut. Vielen Dank, Sie haben uns sehr viel Material geboren. Ja. Sehr schön. Bitte. Danke. Danke.